Ja, es gibt sie noch, und zwar die Papiermandate. Viele Kanzleien sind gerade in der Situation, dass sie in den letzten Jahren versucht haben, von einer analogen Arbeitsweise in eine digitale, sogar papierlose Arbeitsweise zu wechseln. Es gibt dort einige Ansatzpunkte, wie man vor allem auch relativ schnell für eine, ja sag ich mal, eingesessene Kanzlei eine digitale Prozessstruktur hinzubekommen. Einen kleinen Baustein wollen wir euch heute vorstellen, wie ihr innerhalb von kürzester Zeit, zumindest intern, sehr schnell digitale Prozesse und ein papierloses Arbeiten hinbekommt. Mein Name ist Rolf Elias und ihr schaut Steuern mit Kopf, Steuern spart, wer Steuern plant. Mit diesem Video wollen wir auch eine neue Reihe starten, die jetzt auch in der nächsten Zeit auf euch zukommen wird. Denn wir werden auch einige Insights aus der Steuerberatung, aus der digitalen Steuerberatung hier natürlich mit euch teilen und euch vor allem auch Tipps und Tricks an die Hand geben, wie ihr digital mit euren Mandanten zusammenarbeiten könnt. An dieser Stelle gibt es einen Punkt, der besonders wichtig ist, denn irgendwo haben wir immer diese Schnittstellenproblematik. Bedeutet, wir haben Daten, die vom Mandanten in irgendeiner Form an uns herangetragen werden müssen. Jetzt ist es so, wenn du in dem Zusammenhang bei einem Chef arbeitest, also einer Kanzlei, wo ihr wirklich alteingesessen seid und wo seit 10, 15, 20 Jahren einfach hier mit Papier gearbeitet habt, wo der Mandant jedes Monat seinen Ordner bringt, dann wird es manchmal relativ schwierig, den Mandanten in kürzester Zeit umzuerziehen, könnte man sagen, damit er alles digital bringt. Wir haben hier einen neuen Partner bei Steuer mit Kopf, der ein sehr interessantes Produkt dafür hat. Und zwar geht es hier um Finmatics, die eine Anwendung haben, die sich Scan und Trennen nennt. Wir selbst haben einen ähnlichen Weg von 2014 bis heute ganz einfach eingeschlagen und haben natürlich auch bei uns in der Kanzlei in Regensburg noch einige Mandate, die wir einfach noch, sage ich mal, in den nächsten Jahren betreuen, bis sie ganz einfach eben aufhören. Da ist es so, diese Mandanten bringen uns an dieser Stelle die Unterlagen zum Beispiel in Papierform. Das heißt, die Mandanten sind teilweise schon weit über 70 und machen noch gute Geschäfte. Und da ist es so, da bekommen wir dann intern hier einfach die Unterlagen eingereicht und verarbeiten die dann an zum Beispiel einer Art Scanbar, also sozusagen hier eine Scannerschleuse oder Ähnliches weiter. Hier ist es aber der Punkt und hier kommt zum Beispiel auch Finmatics Scan und Trennen ins Spiel als weitere Schnittstelle zum Beispiel zu Dativ-Unternehmen online. Denn in dem Zusammenhang ist es so, irgendwie müssen ja die Informationen von Papier, dem Stück Papier, das man hier auch manchmal noch so hat, also so ein Stückchen Papier, das hier ganz einfach vorliegt, in eine Dativ-Anwendung. Und da gibt es, wie gesagt, diesen Weg, dass man zum Beispiel hier vor Unternehmen online ganz einfach Scannen und Trennen von Finmatics vorschaltet. Warum macht man das? Finmatics hat einen Riesenvorteil und zwar, weil es eine drastische Zeitersparnis ganz einfach bringt, digitale Belege zu sortieren. Wir haben damals angefangen mit einem einfachen System, wir haben gescannt in einen Ordner rein und dann durfte man alle PDFs erstmal raussortieren. Diesen Weg kannst du ja sparen. Denn Finmatics Scan und Trennen setzt an dieser Stelle an und sagt, ja, wir bekommen die Daten von einem Scanner, verarbeiten die mit unserer künstlichen Intelligenz. Auch wie das funktioniert, werden wir noch ein bisschen weiter natürlich mal darauf eingehen, verarbeiten diese Daten weiter, schicken sie an Unternehmen online und bieten damit schon vorbereitete Informationen, die durch natürlich eine KI, die auch lernfähig ist, hier einfach immer bessere Ergebnisse erzielt. Bedeutet am Ende, dass wir hier im ersten Baustein sind, den ich auch immer auf Instagram ganz einfach hier mitteile, ist der wichtige Punkt, man muss intern die Prozesse ausrollen, damit man sie extern gut anbieten kann. Wie ist deine Meinung zu diesem Thema? Sollte man lieber erst extern mit den Mandanten anfangen oder lieber intern erstmal alle Prozesse klären, um damit natürlich intern sauber zu arbeiten oder lieber extern auch mit den Mandanten zu lernen? Lass es uns unten in den Kommentaren wissen. Gehen wir weiter. Wir haben also hier die Möglichkeit, über Finmatics Scan und Trennen alle Daten sauber zu erfassen und in dem Zusammenhang hier direkt den Prozess super zu gestalten. Bedeutet, wir haben im Vorfeld jemanden, der scannt, der die Vorarbeit macht und dann natürlich das weiterverarbeitet wird. Die Zeitersparnis für Steuerkanzleien gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist enorm. Warum? Weil natürlich auch hier, wie gesagt, digitale Prozesse im Rahmen der Buchhaltung optimal unterstützt werden können. Bedeutet natürlich auch Buchungssätze, die teilweise wiederholend sind oder Buchungssätze, die bisher einfach, sage ich mal, nur Zeit gekostet haben, können hier zeitsparender abgewickelt werden. Das bedeutet natürlich zum einen für Steuerkanzleien den Riesenvorteil, hier natürlich den Deckungsbeitrag nachhaltig zu erhöhen, weil durch Digitalisierung einfach Kostenfaktor Zeit zu Honorar sich erhöht und natürlich auch für Mitarbeiter, die davon massiv profitieren, weil sich natürlich am Ende eventuell, falls es in eurer Kanzlei noch so ist, hier natürlich die Überstundensparte und natürlich auch die Zeit, die unnötig aufgewendet werden muss, nachhaltig reduziert wird. Bedeutet im Großen und Ganzen, ein Einsatz von einer Software wie Finmatics, Scan und Trennen ist ein enormer Zeitvorteil für alle Parteien, sowohl Mitarbeiter als auch Kanzleileitungen. Warum ist das auch zusätzlich interessant? Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, Dativ hat zum 1.10.2022 den Belegtransfer eingestellt. Also man braucht jetzt eine neue Möglichkeit, um hier natürlich Daten von natürlich den Mandanten in irgendeiner Form hier natürlich zu Unternehmen online zu bekommen. Und hier ist zum Beispiel auch eine gute Schnittstelle eben Finmatics, Scan und Trennen, die es dann eben einfach macht, diese Daten vom auch Unternehmen am Ende hier natürlich in die Kanzlei reinzubekommen. Denn mit Finmatics, Scan und Trennen gibt es unter anderem hier ein Scan-Modul. Dieses Scan-Modul ersetzt im Großen und Ganzen den Belegtransfer vollständig und macht es damit einfacher, hier wie gesagt auch digital mit Mandanten und Unternehmen zusammenzuarbeiten. Hier an der Stelle natürlich der wichtige Hinweis, Scan und Trennen ist natürlich nicht nur ein Thema für Dativ-Unternehmen online, sondern natürlich auch interessant für Dativ-Meine-Steuern. Was steckt natürlich auch dahinter, denn ich habe es ja vorhin schon so leicht angeteasert, künstliche Intelligenz. Es gibt ja hier zwei Themen, die ja immer relevant werden. Einmal das Thema OCR-Erkennung ist natürlich der Standard, den man heute natürlich in jeder guten Software mit dabei hat, wo man sagt, Bestandteile aus einer natürlich Rechnung werden erkannt. Bedeutet, man hat zum Beispiel eine Rechnung mit bestimmten natürlich den Rechnungsbestandteilen, die wir auch schon in anderen Videos erklärt haben, die eine Rechnung zwangsläufig haben muss. In dem Zusammenhang ist es also so, auf Basis dieser OCR-Erkennung werden diese Daten ganz einfach hier dann natürlich aufbereitet und für den Sachbearbeiter in der Kanzlei dann natürlich durch die künstliche Intelligenz, die lernend ist, natürlich optimal vorbereitet, zugeordnet und damit natürlich auch im Rahmen der Buchhaltung stark vereinfacht. Dieses Tool in Kombination OCR-Erkennung ist jetzt was, was ihr exklusiv hier vorab auf Steuern mit Kopf erfahrt. Denn es befindet sich aktuell noch in der Beta-Phase, ist aber auch schon sehr weit fortgeschritten, wobei natürlich hier der Release auch noch in diesem Herbst angedacht ist. Was ist deine Meinung zu diesem Tool? Hast du schon Erfahrungen damit? Auf Instagram haben wir ja schon einige Erfahrungen von Kanzleien mitbekommen, die das aktuell schon aktiv nutzen und die sagen, sie wollen es gar nicht mehr hergeben. Sag uns deine Meinung dazu ab unten in den Kommentaren. Und wenn du vor allem auch in den Q&As am Freitag mal dabei sein willst auf Instagram, steuern mit Kopf, dann natürlich auch nicht vergessen, liken, teilen, weitersagen und natürlich viel kommentieren mit allem, was du vor allem auch vielleicht sogar von Finmatics wissen willst. Mein Name ist Roland Elias, ich bin Online-Steuerberater und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.